Herzlich willkommen zum Einleben-Tutorial zum Thema Wie gestalte ich ein digitales Unterrichtsgespräch interaktiv? Mein Name ist Greta Wonneberger, ich bin Trainerin für Wissensvermittlung und ich habe für die Heinrich-Böll-Stiftung das Unterrichtscurriculum zu Einleben geschrieben. Meine Tutorials richten sich an Lehrende, die Einleben einsetzen möchten und mehr über digitales Lehren wissen möchten. Unterrichtsgespräche im digitalen Unterricht unterscheiden sich nur im Detail von Gesprächen im normalen Klassenraum. Trotzdem lohnt es sich, einige Instrumente der Gesprächsführung besonders zu beachten. Dies sind zwei Tipps. Tipp Nummer 1. Nutzen Sie Paraphrasen und Zwischenzusammenfassungen. Und Tipp Nummer 2. Nutzen Sie unterschiedliche Arten der Abfrage. Sehen wir uns diese beiden Tipps etwas genauer an. Paraphrasen und Zwischenzusammenfassungen. Im digitalen Unterricht benötigen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besonders viel Orientierung. Fassen Sie die Redebeiträge deshalb immer kurz für alle zusammen und nutzen Sie die Namen der Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Zum Beispiel Peter meint also, Zufriedenheit hat etwas mit Geld zu tun. Wie sehen das die anderen? Das sogenannte Lehrerinnen- oder Lehrerecho, das im normalen Unterricht eher spärlich eingesetzt werden soll, ist für das digitale Klassenzimmer sehr hilfreich, um die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden zu lenken. Orientierung schaffen außerdem Zwischenzusammenfassungen. Zum Beispiel Wir haben nun also die Faktoren Geld, Familie und Gesundheit gesammelt. Wer möchte etwas ergänzen? Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Nutzen Sie im digitalen Unterricht verschiedene Arten, Meinungen und Antworten einzuholen. Sie können den Zuruf nutzen, das Blitzlicht oder auch Gruppen bilden, um Meinungen vorzubereiten. Der Zuruf Zunächst können Sie natürlich einfach den offenen Zuruf nutzen. Wichtig jedoch, vereinbaren Sie ein Zeichen für Meldungen. In den meisten Fällen bietet es sich jedoch an, einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer direkt anzusprechen und zu befragen. Dies stellt einen wesentlichen Unterschied zum analogen Unterricht dar. Im digitalen Raum geht Aufmerksamkeit leichter verloren. Einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer entscheiden noch selektiver und unabhängiger, wann Sie voll konzentriert sind und wann nicht. Das liegt daran, dass es keinen direkten Blickkontakt gibt und Sie sich als Lehrende auch nicht im Raum bewegen können. Nutzen Sie deshalb so oft wie möglich die Namen Ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer und sprechen Sie sie direkt an. Um die Illusion von Blickkontakt herzustellen, blicken Sie in die Kamera. Das Blitzlicht Eine andere Möglichkeit ist das Blitzlicht. Beim Blitzlicht äußert sich jeder Teilnehmer oder jede Teilnehmerin zu einer gestellten Frage. Das bietet den Vorteil, dass alle eingebunden sind. Nutzen Sie auch hier die Namen, um die Reihenfolge zu moderieren. Das Blitzlicht eignet sich nicht für sehr große Gruppen. Sie können in den meisten Konferenztools aber auch Multiple-Choice-Umfragen vorbereiten oder eine Punktabfrage über die Kommentarfunktion durchführen. Bilden Sie Gruppen Fragen können zunächst auch kurz in Gruppen bearbeitet werden. Dazu bieten viele Konferenztools die Möglichkeit, Teilnehmerinnen und Teilnehmer in digitale Gruppenräume zu schicken. Dort kann kurz beraten werden, wie stehst du zu der Frage. Im Anschluss bietet sich dann in der Gesamtgruppe die Zurufabfrage mit gezielter Reihenfolge an. In den Gruppen können digitale PIN-Wände genutzt werden, wie ein Whiteboard oder ein Padlet. Achten Sie darauf, ob diese Notizen speicherbar sind und nutzen Sie im Zweifel ein gesondertes Programm. Nutzen Sie die Gruppenarbeit ruhig häufiger, als Sie es im analogen Unterricht tun würden. Die Gruppenzuordnung sorgt für Abwechslung und reduziert die Menge an Reizen, denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Bildschirm ausgesetzt sind, solange alle sichtbar sind. Dies sind also die beiden Tipps für Ihr digitales, interaktives Unterrichtsgespräch. Nutzen Sie Paraphrasen und Zusammenfassungen sehr oft, um Orientierung zu bieten. Nutzen Sie unterschiedliche Arten der Abfrage. Sprechen Sie Ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer oft mit dem Namen an und nutzen Sie Blitzlichter und Gruppenberatungen. Weitere Informationen zu Einleben finden Sie unter dem Link www.böll.de. Dies war das Einleben-Tutorial zum Thema Wie gestalte ich ein digitales Unterrichtsgespräch interaktiv?